Servus, ich bin der Flo. Ich bin 43 Jahre alt und wen wundert's, ich bin Schauspieler. Genauso wie meine Kollegen um mich hier herum. Sie suchen jemanden, der seriös ihr Produkt präsentiert? Oder auch lässig? Mit trauernder Miene? Oder auch mit einem Lächeln? You want me to present it in English? Kein Problem. Ich freue mich auf Ihren Auftrag.